Hallo und Babyphone wurde eben aktiviert, deswegen könnte es sein, dass es ein sehr kurzes Video wird, aber alle Erfahrungen sagt, neee, mach weiter mit Amillo, dem fleißigen Olpertinger und bauxiere auf einem toxischen Planeten zwischen Flammenwerfern hin und her, springe über stachlige Stacheln, sammle leuchtende Kugeln, oh no, this is Dark-Bot-Pollution, oh Gott, so machen die das nämlich, die kommen auf einem fröhlichen Planeten und wenn sie damit fertig sind, sieht er so aus, und wer hat was davon? Keiner, nur Rendite, Rendite, Rendite und der Magen bebt. Checkpoint, nein, hätte ich gar nicht sammeln sollen. So, jetzt kommt wieder einer von denen hier. Was soll denn das? Muss ich da springen am Ende? Jetzt macht er mich fertig hier. Dann wage ich mal den Sprung. Den Sprung über die Elbe. Ob man damit durchkommen? Wo ist das da? Das ist einfach nur eine Falle. Das ist noch eine Falle. Das ist ja tödlich hier. Man muss die ganze auf diesem Penner hier ausweichen. Kann man aber auch gar nicht. Das macht dann einfach kalt. Das macht dann alle. Das macht dann einfach platt. Und schon wieder bin ich in der Todszone. Tja. Ich glaube ich muss ihm einfach ausweichen. Da fliegt immer die gleichen Bahnen und ich fliege mich immer in den Weg. Der einfach kehrt mich nämlich gar nicht. Der fliegt immer um mich rum. Ich darf mich einfach nicht zu schnell bewegen. Ha! Ich hab deinen Pedder durchschaut. Pissflitsche. 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 Oh, ich wollte irgendwie wegge... wegge... Was war denn da los? Was macht der denn? Die haben mich gegriffen! Diese Penner! Da komme ich irgendwie nicht weiter. Ich durchschaue das Spiel nur in Teilen. Das zerbricht bestimmt wieder hier alles. Das ist ja gar nicht so leicht. Ich spiele übrigens mit Digital-Kreuz. Digital mit Steuer-Kreuz, nicht mit Analog-Stick. Das geht besser, auch wenn es nicht so aussieht. Nur Leben! Und keine Zeit zu blühen! Und wo kommen jetzt wieder die Greifarme? Diese Dark-World habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Die arbeiten zusammen. Die einen machen mich langsam, die anderen machen mich fertig. Da hätte ich noch links rüber springen sollen. Scheiße! Ich habe das alles nicht gesehen! Okay, ich muss hier überall rüber und diese Dinge auslösen. hoffentlich nicht in der richtigen Reihenfolge. Das ist ja echt bekackt in diesem Fall. Während ich Beschuss werde. Massiv Beschuss werde möchte ich noch dazu fliegen. Tod! Null! Game Over! Amelo is dead! Alles nochmal! Das gibt es noch nicht! 6 Minuten 51 für den Arsch! Fragezeichen! Ich bin kurz davor schon wieder alle meine Herzen unnötig zu verlieren. Guckt euch das an. Nach einer Kurve ein Herz. Ne. Retry. Restart. Vier Leben will ich schon haben am Anfang. Ja, da sind sie. Vier Herzen. Wohnen. Ach, in meiner Brust. Was habe ich doch Lust auf ein dickes Schweinesteak? Das bedient sich bei meiner... Ich glaube, ich soll das Pong bald gleich tun. Ich glaube, ich bin auch nicht mehr der fitteste. Aber für zwei Videos an Milo hat es noch gereicht. Ich sehe irgendwie schon nicht mehr so gut. Und das liegt nicht an dem bisschen Bier, als ich getrunken habe. Jaaaa! Ihr Fischfreunde! Jaaaa! Jaaaa! Den habe ich inzwischen hier gefressen. Den habe ich raus. Da braucht es nur ein bisschen Geduld. Das waren ja wohl alles falsche Pferden hier, oder? Wenn ich das richtig sehe. Die anderen sind Death Traps. Wenn ich das nicht mehr aktiv mich angreifen muss. Wie ich dem ausweiche. Wie dumm er auch ist. Dass er nicht mehr aktiv mich angreift. Ich habe alle Herzen im Schrank. Ich glaube ich. Und... Tschüss du Rap-Wixer! Jetzt kann ich es ein bisschen besser machen. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. auf der anderen Seite, oder was? Hä? Das ist doch eben nicht passiert. Das verstehe ich nicht. Ich kann jetzt entweder direkt hier raus gehen, oder ich mache noch ein bisschen Action. Ach so, ich habe es verstanden. Dann kann ich nur in eine Richtung direkt organisieren. Na ja. Schut. Dann holt man sich hier Zeit. Aber warum ist mir das eben nicht gelungen? Mengenrabatt. Du bist der Einzige, der dieses Let's Play guckt. Erklär mir das. Das habe ich beim letzten Mal anders gemacht. Dann kann man diesen Schleimhänden entgehen, oder kosten sie dann einfach nur Zeit. Hier war ich doch letztes Mal auch. Was wäre passiert, wenn ich gleich am Anfang durchgesiegelt wäre durch die... ...lilane Transformationsmatrix. Jetzt kommt wieder dieser Part. Hä? War das wirklich eben nur 56? In dem Video? Wie kann das sein, dass ich jetzt schon wieder... ...fass genau, dass ich dieses Mal fast genauso lange gebraucht habe wie letztes Mal. Wo ich jetzt mal so viel häufiger gestorben bin. Kannst du mir das auch erklären, Mengenrabatt? Oder hat das Video wieder zu spät angefangen? Das ist vorhin schon mal passiert. Hä? Ich dachte, ich bin gesprungen. Ich dachte, ich wäre gesprungen. Ich dachte, ich sei gesprungen. Drei Sätze. Jeder versteht sie. Und sie sagen immer das Gleiche. Und trotzdem andere Werben. Oh, fake it. Zumindest bis zum nächsten Checkpoint. Wäre nett! Achso, das musste ich. Das ist genau, was ich eben gemacht habe. Nein. Und hier war das, wo ich am Ende noch, glaube ich, in einen geileren Raum hätte springen können, als ich das getan habe. Come on. Hier nämlich. Achtung. Oh, ich Idiot. Ja, von hier bin ich gekommen. Ist das eine Eidechsenform? Ich will schon wieder fast geben. Oh, weil ich glaube, der Hammer streikt. Ah, rammelt mich doch alle tot. Oh ne, Idiot. Kleiner Vollidiot. Ich bin doch wieder die Analogste. Okay. Ich will jetzt auch noch Spirifuhr oder was. Ich will auch noch nicht geben. So, diesmal bisschen mehr Concentration. Ich will ein bisschen mehr die Schritte bedenken. Okay, der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Oh nein, das ist eine gute Absperrung. Ich sehe es schon. Wahrscheinlich einfach irgendein Alter, weil das ja so ein kohärentes Levelerlebnis sein soll. Wo man alles versteht. Ach, hier ist schon das Finale. Das große. Ein Archäopteryx aus der Vergangenheit. Es gibt nur Archäopteryx aus der Vergangenheit. Es gibt keinen aus der Gegenwart. Auch bestimmt keinen aus der Zukunft. Das wäre echt merkwürdig, wenn irgendwelche Arten auf einmal wieder auftauchen würden. So, jetzt lass mich mal in Ruhe. Ach, die verschwindet nicht. Die Plattformen in der Welt. Ist egal. Ich muss trotzdem nur einen kleinen nicht vorhandenen Fuß draufsetzen. Und schon ist alles gut. 6 und 7, wo ist der 7? Ich glaube, ich habe hier doch schon alle. Achso, hier. Wo auch die Herzkarte ist. Ist hier die Hölle dieses Level. Nein! Nein, nein, lass mich hier in Ruhe, lass mich bloß in Ruhe, ihr Säcke. Oh Gott, gibt es viele von euch hier. Kommt noch ein Herz hier, damit ich Game Over, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. So ein Reinfall. Fuck. Nee, damit höre ich jetzt auf. Das war's. I'm sorry, ich könnte das etwas, ich wusste nicht, dass es wirklich schwer wird, das Spiel. Ich könnte es etwas konzentrierter, hätte ich es angehen können. Dann hätte ich es geschafft, aber das war schon eine harte Packung Schlamm in meinem Gesicht. Final Battle. Das ist das Final Battle. Aber ich weiß schon aus irgendwelchen komischen Submenüs hier. dass es danach noch eine Welt gibt. Fuck. Und außerdem gibt es noch, das ist alles ein sehr komisches Menü, hier die Sea Special Worlds. Wo wir 33% haben, also gibt es noch zwei. World 6.2 und World 6.3. Wie habe ich die eigentlich bekommen? Das ganze Freischaltungssystem mit diesem Spiel ist eine einzige konfuse Müllhalde der Geschichte. Gut. Der Akku vom Wii U Gamepad ist auch schon am kämpfen. Kämpfen. Kampfen. Und ich auch. Ihr müsst vielleicht einfach schlafen. Gute Nacht, Welt. Gehabt euch wohl.